Hallo zusammen, ich bin Samara Waterloo und ich leite die Musik jetzt. Also mit ihnen mache ich einfach so Popsongs. Einfach das, was gerade am Radio läuft und man gerne hört. Da sind sie! Meine Tochter ist eigentlich den ganzen Tag am Singen, von morgen bis am Abend. Ich finde es total schön, es gibt ihre Kraft und sie kann irgendwie ihre Energie auch so aus sich heraus erlassen. Es ist toll tun, es ist kreativ. Ja, happy. Sie ist auch mal happy, wenn sie singen kann. Sie singt den ganzen Tag. Ich finde es wichtig, dass sie sich einfach ausleben kann. Dass sie halt wirklich auch, also ich merke das an ihr, dass sie ihre Emotionen halt ganz gut rüberbringen kann und singen kann. Das hat sie jetzt irgendwie gelernt. Wenn die auf der Bühne stehen und ihren Song machen und tanzen, ich bin mega stolz auf sie. Wenn die auf der Bühne stehen und dann noch nicht wieder zu machen. Ich bin mega stolz auf sie. Das ist toll. Ich bin mega stolz auf sie. Ich bin mega stolz auf sie. Ich bin mega stolz auf sie. Ich bin mega stolz auf sie.